Hallo, wie lange? Hallo, wie lange? Na, hast du nichts zu sehen? Na, leider nicht. So am Ende, du hast es so was zu sagen. Weil ich auch nicht erwartet habe. Das ist schon ein bisschen der Urbächt. Aber ich kann mir auch sagen, das ist ein bisschen zu sehen. Gell? Willst du dich bitte nehmen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017